. . . . . . . So Storbenberg, der einzige Offizier, der noch hier ist. Sind Sie bereit mit den größten Niederlagen? Nein! Aber wie soll es? . 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 Aber jetzt wollen wir unsere Folter, dass wir komplett auch kämpfen können. So schau ich mir die Fresse! Aaaaaaah! So, hier, die Folter waren richtig gut, das kann ich nicht so nachvollziehen, also... Wir haben ein Video gemacht, das haben jetzt leider die Juden. Was? Wollt ihr mich verarschen? Nein! Ich glaube, ich habe sie vertraut! Warte mal, ich habe sie mir mit 1.5 verbraut! Naja, so untergehen! Die Monster! So, ich glaube, man kann es nicht verraten! Die Juden werden es im Moment hier selber nicht nur tun! Oh nein! Nein! Ah, sie kommen! Ah! Die Juden! Gibt dies! Ah, die Juden kommen! Nein! Mami! Ah! Hilfe! Nein! 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 Das kann das nicht enden! Ah! 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 So, Arnold... So, Stauffenberg, sind Sie bereit für die große Niederlage Deutschlands? Nein! Mann, bitte noch! Bitte noch! Bitte noch! Bitte noch!